Grüezi Gott, ihr Lieben, hier bin ich wieder. Ja, ich habe ein anstrengendes Wochenende hinter mir. Ja, ich hatte Besuch von einem lieben Menschen, den ich auf einem Spiritscape-Treffen kennengelernt habe, den lieben Bernie. Und mit ihm habe ich eigentlich auch in der Nacht von Samstag auf Sonntag einen Podcast aufgenommen, wenn auch nicht mit Bild, weil man bei mir in der Bude nicht wirklich eine Stelle findet, wo zwei Menschen gut Platz haben und es dann auch noch hübsch ausschaut. Es ist alles so ein bisschen Single-mäßig und praktisch eingerichtet. Also Junggesellen-Bude so ein bisschen. Aber dennoch, ja, ich war richtig schön im Flow und wir haben uns aber dann auch noch nach dem Podcast ein bisschen festgequatscht und sind dann erst um sechs ins Bett. Ich musste um acht Uhr aufstehen, weil ich noch ein bisschen was vorbereiten musste für das Treffen dann um elf Uhr in Puchheim zum Brunchen. Und ja, dieser fehlende Schlaf, der ist mir am Sonntag noch in den Knochen gesteckt. Und das hat sich so ein bisschen fortgeführt. Und heute ist so ein Tag, wo alles wieder so einigermaßen normal ist. Genau. Ja, jetzt habe ich eine nicht so tolle Nachricht für euch. Das ist eigentlich fast schon peinlich, ja. Nachdem ja der Rest von der Pfändung bezahlt wurde, bin ich natürlich davon ausgegangen, dass mein Konto wieder freigeschaltet ist. Und die haben aber gleich die nächste Pfändung hinterhergejagt. Das heißt, mein Konto ist wieder gepfändet und gesperrt. Ist diesmal nicht ganz so hoch die Forderung wie beim letzten Mal. Aber jetzt so, dass ich auch schon wieder komplett weit davon entfernt bin, dass die nächsten Wochen alleine stemmen zu können. Ich muss anfangen, hier ein paar Sachen zu verkaufen. Das ist dann die weltliche Lösung. Die große magische Lösung ist mir ja leider noch nicht gelungen. Aber es ist ein bisschen kurios. Nachdem ich dann auch noch ein Freund auf dem Treffen hat gesagt, ja, sein Konto ist auch noch nicht freigeschaltet. Und ich so, ja, dann lernst du manifestieren. Hochwut kommt vor dem Fall. Ja, das war natürlich nur spaßig gemeint. Und es ist halt einfach gruselig. Und ja, oh Mann. Das habe ich heute Nachmittag erfahren, was total spannend war, dass meine drei liebsten Menschen für mich da waren. Meine Energetikerin hatte kurz mit mir geschrieben. Und dann konnte ich ihr das auch gleich reinposten. Und ich so, oh mein Gott. Besser gesagt habe ich ehrlich gesagt, fuck geschrieben. Und Ben hat sich auch gemeldet. Der hat eigentlich gar nicht so viel Zeit und hat dann genau synchron eine Sprachnachricht rüber geschickt. Und ich konnte ihn erst mal beglückwünschen zu seinem neuen Auto. Und zweitens ihm auch mitteilen, was bei mir gerade wieder passiert ist. Weil wir waren eigentlich alle total froh, dass es endlich vorbei ist. Erstmal, ja. Ich habe schon gewusst, dass vielleicht die nächsten Monate, ich habe gehofft, dass es sich vielleicht mindestens um ein halbes Jahr handelt. Dass ich da mal jetzt eine Ruhe habe. Aber so sollte das nicht sein. Also muss ich jetzt mal gucken, was jetzt anliegt und wie ich das jetzt in den Griff bekomme. Ich werde euch auf dem Laufenden halten. Also es ist einfach, es war schon peinlich. Nee, es ist mir nicht. Es sind halt viele Prozesse dran. Ich habe mich noch weniger schlecht gefühlt als beim ersten Mal. Ich habe ja auch dieses Thema, dieses große Thema, das energetisch damit zu tun hatte, zu einem großen Teil zumindest geheilt. Also insofern bin ich auch ein bisschen verwirrt, woher das jetzt energetisch kommt. Aber gut. Die Zahl ist natürlich wieder interessant. Es handelte sich um viele Siebner, die hier gefordert wurden. Warum? Das letzte Mal waren es ja die Sechser. Die haben mir weniger gut gefallen als die Siebner. Ich mag Sieben, die Zahl. Ich spiele auch eine siebenseitige Gitarre. Aber ja, das jetzt mal dazu. Das heißt, ich bin immer noch sehr dankbar für eure Hilfe und auch immer noch überaus auf diese Hilfe angewiesen. Noch eine Kleinigkeit. Meine Couch ist jetzt endgültig defekt und kaputt. Da ist jetzt sogar ein Bein gebrochen. Ich konnte jetzt da so einen kleinen Rollwagen drunter schieben. Nennt man Hund. Fürs Umziehen. Und habe mich dann mal erkundigt, was so die Entsorgung von einer Couch und noch ein paar anderen Sachen kostet. Und ich habe das dann über Scout24 gefunden. Jemanden, der so ein bisschen in der Nähe hier wirkt. Und da hieß es erstmal 200 Euro. Und das war so der Vorschlag dieser Scout24-Seite. Dann hat er sich gemeldet. Er hat gesagt, ja gut, für eine Couch, einen Tisch und sechs Stühle würde er 260 verlangen. So gut, kommt dann noch ein bisschen was dazu. Und dann habe ich ihm das geschrieben. Dann hat er gesagt, na gut, dann sind wir bei 800. Und ich so, okay, dann nicht. Ja, dann nicht, mein Freund. Und dann hat er aber von sich aus, ich habe nichts mehr geschrieben, außer dass ich, na gut, dann kommen wir nicht zusammen. Hat er dann geschrieben, okay, das war ein bisschen hoch angesetzt. Sagen wir 400. Das ist so. Aber eine Katastrophe halt. Weil ich dachte natürlich, da war ich noch in der Energie. Gut, Couch kaputt. Wow, ja. Neue Couch kostet um die 800 Euro. Also, ja, aber Lieferzeit auch elf Wochen. Aber ich muss das mal jetzt in Angriff nehmen. Erstmal auch Körperindetigenz gefragt, soll ich mir hier in dieser Bude überhaupt noch eine neue Couch kaufen? Ja, ja. Passt, ja. Ist auch keine tolle Antwort, weil ich würde ja sehr gerne demnächst umziehen. Aber wenn es noch nicht passt. Also, ich fühle mich ja auch noch wohl hier. Weiß aber, dass was Besseres, Schöneres auf mich wartet. Auch dann, ja, mehr in der Nähe von meinen drei Schätzen. Aber, ja. Also, die Couch ist jetzt das geringste Problem. Jetzt kann ich auf Wackelcouch wahrscheinlich noch ein paar Monate sitzen. Und lasse natürlich auch kein Sperrmittel hier abholen. Das wird jetzt auch ausfallen. Aber, ja. Also, das kommt noch dazu. Es muss halt einfach, eigentlich muss es nicht sein. Aber, gut. Dann habt ihr da wieder den Stand. Tut mir leid. Es war ja eine gute Nachricht. In einem der letzten Podcasts. Und jetzt geht das weiter. Aber, ja, was soll ich machen? Was soll ich machen? Hilft nix. Ja, es sind halt diese äußeren Zuckungen noch des Systems. Das natürlich auch wieder versucht, mich in der Schwingung zu catchen. Auch spannend, dass es wieder so vor dem Treffen oder nach dem Treffen war. Weil ich war ja am Sonntag in Puchheim. Also, das mögen sie nicht. Das kann ich jetzt mal dazu sagen. Das ist nicht der Hauptgrund oder nicht der einzige Grund. Aber sie timen das dann schon so ein bisschen in die Richtung. Vernetz und verbinde dich mal nicht so sehr. Da kriegst du auf die Finger von uns. Weil das ist natürlich etwas, was sie wirklich verhindern wollen. Aber, ja. Sie kriegen uns ja nicht klein. Und dennoch, ja. Das Konto kriegen sie klein. Die Beträge auf dem Konto kriegen sie klein. Das schaffen sie. Genau. Dann gucken wir mal in die Texte rein. Und gehen mal in den Podcast. Jetzt mal genug von meinem persönlichen finanziellen Desaster. Der Andromedanische Rat hat uns eine Botschaft gesendet. Durch Daniel Scranton wieder. Ich lese mal kurz vor. Ihr seid dazu bestimmt, verschiedene Aspekte eurer Selbst zu diesem Zeitpunkt zu integrieren. Damit ihr euch als galaktisches Wesen, als universelles Wesen und letztendlich als Quellenenergiewesen kennenlernen könnt. Und verschiedene Aspekte unserer Selbst, als außerirdisch, eben auch, dass wir verstehen, dass wir schon an ganz vielen Orten inkarniert waren, nicht allein und ausschließlich von der Erde kommen. Und wir uns dadurch, ja, als sehr viel mehr auch erkennen, als nur, ja, als physisches Wesen auf der Erde inkarniert. Viele von euch sind begeistert, wenn sie erkennen, dass sie Sternensaaten sind und dass ihr viele Inkarnationen in anderen Teilen der Galaxie auf anderen Welten gemacht habt. Im Moment begeistert euch diese Wahrheit vielleicht mehr als die Wahrheit, dass ihr ein Aspekt der Quelle seid. Und das ist in Ordnung, was auch immer für euch funktioniert. Also, uns als mehr zu erkennen, was wir scheinbar wirklich sind und was uns natürlich lange Zeit eingeredet worden ist, dass wir sind. Dann geht es ja weiter. Ich habe versucht, ein bisschen selektiver hier zu markieren. Also, manchen Menschen fällt es leichter zu akzeptieren, dass sie ein pleiadischer Sternensaat sind, als dass sie die Gesamtheit des Universums sind, das sich in einem physischen Körper auf der Erde ausdrückt. Und sicherlich wollt ihr eine Reise mit vielen Schritten machen, damit ihr alle Schritte auf dem Weg erleben könnt. Und ihr wollt euch selbst als all diese verschiedenen Wesen erleben, weil es interessanter ist und mehr Spaß macht, als direkt zur Wahrheit zu springen, dass ihr alles seid. Also, sehr spannend. Viele interessieren sich da unglaublich dafür, welche Inkarnationen und welche Erfahrungen sie schon auf anderen Planeten gemacht haben. So ist es richtig. Und ich weiß auch, dass die Arktorianer durch diese Gewichtung auf Spiritscape sehr beliebt sind und dass viele sich auch zu Spiritscape hingezogen fühlen, weil sie das Arktorianische so hoch einschätzen und so mögen und lieben. Das ist auch ein Punkt. Aber sehr wahrscheinlich sind wir schon eben auf vielen Planeten inkarniert gewesen. Und haben eben dementsprechende Erfahrungen gemacht. Die Arktorianer gelten als besonders spirituell, aber das bedeutet auch, dass es leicht ist, auf diesem Planeten spirituell zu wachsen, weil es ganz natürlich ist, weil es Teil der Sozialisierung dort ist, weil natürlich diese Manipulation auch nicht stattfindet, weil man das von Anfang an von klein auf in die Wiege gelegt bekommt und die Eltern und die ganze Gesellschaft das vorlebt, ohne eben natürlich irgendeine verdrehte Religion, sondern echte, wahre Spiritualität wird dort gelebt. Und deswegen fühlen sich auch viele sehr dazu hingezogen und hätten das ganz gerne auch wieder hier. Aber wir müssen auch akzeptieren, dass wir halt eben die Verhältnisse auf der Erde gerade haben, die wir haben und damit zurechtkommen. Darum geht es dann auch gleich nochmal in einem Teil eines Channelings. Ja, ich hätte vielleicht nicht so viel vorschwätzen sollen. Dadurch, dass ich mich ein bisschen intensiver mit den Texten jetzt auch auseinandergesetzt habe für das Markieren, erzähle ich schon ein bisschen, was dann auch gleich kommt. Wenn ihr zu eurem höheren Selbst werdet, werdet ihr zu eurem multidimensionalen Selbst und ihr erkennt euch mehr als kollektives Bewusstsein denn als Individuum. Und das bringt euch auch dem Wissen näher, euch selbst als Quelle zu erkennen. Unser, sage ich mal jetzt, nächsthöheres Selbst befindet sich in der fünften Dichte, in der fünften Dimension. Deswegen können wir auch immer mehr zu unserem höheren Selbst werden. Ich sage jetzt wieder bewusst, nächsthöheres Selbst. Unser höchstes Selbst ist die Quelle, wenn man es so versteht. Also es gibt einige Bewusstseinszustände, die schon bereit liegen für uns. Und wenn wir in der fünften Dichte sind, in der fünften Dimension, da geht es natürlich langfristig darum, in die sechste Dichte wieder aufzusteigen, was vielleicht für einige von uns dann so auf der Erde gar nicht mehr der Fall ist. Denn es ist sehr wahrscheinlich, dass der Aufstieg in die fünfte Dimension, in die fünfte Dichte, die letzte physische Erfahrung auf dem Planeten Erde ist für uns, um das auch gesagt zu haben. Es ist interessant, die Idee eines Schleiers zu betrachten, eines Punktes der Trennung zwischen dem physischen und dem nicht-physischen. Insbesondere, wenn man bedenkt, dass wir uns derzeit integrieren, das nicht-physische in das physische integrieren, das spirituelle in das materielle. Auch diesen Ausgleich zu schaffen, geerdet und gehimmelt zu sein, ganz wichtig. Erdung ist sehr wichtig für spirituelle Menschen, weil sie es ganz gerne vergessen. Denn die Himmelung ist ja das, was sie interessiert und was sie begeistert. Und wo man dann eben anfängt, ganz viel zu lesen und sich damit zu beschäftigen und viel zu meditieren oder welche spirituelle Technik man auch immer verwendet, um sich immer mehr zu himmeln. Aber ganz viele vergessen und verlieren auch so ein bisschen den Kontakt zum physischen Leben. Und das kann man eben durch die Erdung, durch eine bewusste Erdung, auch eine physische Erdung, barfuß über die Wiese laufen und so weiter und so fort, wieder herstellen. Dann, das schließt natürlich auch die fünfte Dimension ein, in der sich euer Höheres selbst befindet. Also, die Unterstützung, die wir bekommen, ja, aus der zwölften Dimension, aus der elften, zehnten, neunten, achten, siebten, sechsten, fünften, ja. In der vierten sind wir ja selbst, ja. Da helfen wir uns auch gegenseitig. Aber, genau, aus der fünften Dimension wird uns eben auch geholfen. Und dann wird eben gesagt, euer Höheres Selbst befindet sich in diesem Frequenzbereich, der fünften Dimension. Und dieser Aspekt von euch ist stärker mit den nicht-physischen Energien, der nicht-physischen Weisheit und der nicht-physischen Essenz, die ihr alle seid, verbunden. Entspannt euch und wisst, dass der größere Teil von euch sich um so vieles für euch kümmert. Nicht unbedingt besonders erfolgreich um ein Bankkonto, muss ich jetzt auch mal sagen. Entspannt euch und wisst, dass alles, worum ihr gebeten habt, auf dem Weg zu euch ist. Entspannt euch und wisst, dass ihr bereits das seid, was ihr werden wollt. Und entspannt euch und nehmt alles an, was wir euch zu bieten haben. Von dem wir wissen, dass es hilfreich ist und dass es euch in die nächste Phase eurer Reise bringen wird. Mit so viel mehr Unterstützung und so viel mehr Schwung, als ihr euch jetzt vorstellen könnt. Also, das ist auch wichtiger. Das ist mir natürlich jetzt auch klar. Es geht jetzt nicht darum, dass ich jetzt wieder in die... Also, was heißt wieder, aber... Ich habe eine Einladung in die Panik und in die Sorge und in die Angst. Das sollte ich nicht machen, denn... Eigentlich ist alles auf dem Weg, worum wir gebeten haben. Und diese Sorgen und diese Angst und diese Gedanken, die verzögern alles so ein bisschen. Also, insofern müssen wir uns in Geduld üben, in Glauben und Vertrauen uns verankern. Es ist an der Zeit, dass ihr euch selbst als eure nicht-physische Essenz erkennt. Und wenn ihr das tut und diesen Teil von euch in den physischen Körper lasst, das ist dann die Verschmelzung des Gehimmelten und des Geerdeten, wenn ihr so wollt, könnt ihr das Beste aus beiden Welten genießen. Und genau dafür seid ihr da. Ihr seid nicht da, um euch als würdig für den Himmel oder die fünfte Dimension zu erweisen. Da hat man ja manchmal das Gefühl, wenn man sagt, wir müssen unsere Schattenarbeit machen, wir müssen unsere Themen auflösen. Das machen wir aber eigentlich deswegen, damit wir uns besser himmeln können und auch besser erden können. Da gibt es auch Blockaden, die bestehen können, um dann tatsächlich das Leben mehr genießen zu können, bessere Beispiele für ein positives, spirituelles Leben zu führen. Im physischen aber nicht abgehoben als Feenwesen, über der Erde schwebend. Und damit können die anderen nämlich, die gerade erwachen oder gerne erwachen würden, nicht viel anfangen. Und das ist nicht so schön beispielhaft. Es ist besser, wirklich im Leben zu stehen und den Menschen zu zeigen, dass sie das auch können, weil sie ja auch noch erstmal in ihren Augen nur im Leben stehen. Manchmal stehen sie auch eher neben dem Leben, aber das werden sie dann im Laufe ihres Erwachens dann auch erkennen. Ihr seid nicht dazu da, Aufgaben zu erfüllen. Also auch wieder dieses, ja, ich muss meine Berufung umsetzen und so. Das ist auch alles Teil, aber es geht darum, wie wir es dann wirklich ausdrücken und was auch die Kernaufgabe sozusagen ist. Weil wir wissen ja, unsere Berufungen werden uns auch erreichen. Wir werden unsere Aufgaben haben im Aufstieg, wahrscheinlich auch nach dem Aufstieg. Wir werden ja nicht gleich alle weg sein. Und dennoch gibt es da eine Berufung und so weiter und so fort. Aber wir sind dazu da, das Zusammenkommen aller Teile von uns in allen Bereichen zu genießen, damit wir vollständiger existieren können, wie wir wirklich sind, während wir noch in einem physischen Körper sind und anderen zeigen können, wie es geht. Und genau das ist nämlich der Punkt. Deutlich geerdet zu sein, ansprechbar zu sein, sage ich jetzt mal, nachvollziehbar ansprechbar zu sein und nicht einfach, ja, diesen spirituellen oder diese spirituelle Intellektualität zu krass zu leben. Ich habe heute ein bisschen so eine Zungenlähmung. Nicht ganz so krass im Fluss, wie ich das noch am Samstag hatte, aber ich ziehe es durch. Dann geht es hier weiter. Das ist das Channeling von heute. Das Massenerwachen steht bevor. Der steckt auch drin in dem Text. Wir sind schon seit geraumer Zeit Zeugen der Entwicklung der Menschheit und wir möchten euch sagen, dass wir verstehen, dass es für euch alle schwer ist, das von eurem Standpunkt aus zu bemerken. Aber wir möchten auch, dass ihr akzeptiert, dass wir euer Wachstum und eure Entwicklung als menschliche Rasse anerkennen können. Wir können diese Dinge messen. Also tatsächlich die Gesamtschwingung des menschlichen Kollektivs, auch die Einzelnen, aber das ist natürlich das Interessante und das Relevante, was dann unterm Strich rauskommt. Wir alle bringen etwas hinein ins menschliche Kollektiv und addieren etwas hinzu, aber dennoch kommt es dann auf alle an, unterm Strich. Wir können den Ton eurer Schwingung fühlen und wir wissen, wann ihr euch weiterentwickelt habt. Ton ist ein schönes Wort, weil es gibt den Farbton und es gibt natürlich auch den akustischen Ton. Und beides kann gemeint sein, denn ich bin mir sicher, dass das auch, wenn man in dieser Hinsicht hellsichtig ist, auch als höherdimensionales Wesen das erkennt, wenn man auf die Menschheit blickt, dann wird man wahrscheinlich auch eine Farbe sehen und die wird sich verändern jetzt im Laufe der Zeit. Die wird sich ja aus einem eher so Aschgrau, kommt jetzt bei mir rein, sich in eine Farbenvielfalt entwickeln. Und genauso wird auch die Schwingung, die auch einen Ton erzeugt, einen akustischen Ton, bestimmt immer wohlklingender erklingen und sich anhören. Genau, also wir haben uns definitiv weiterentwickelt. Das wird hier nochmal bestätigt. Das ist ja auch immer ganz gut für uns, das zu erfahren. Und ihr müsst euch vorstellen, wenn es einfach ein Fakt ist, dass wir immer mehr uns in die richtige Richtung entwickeln, dann kippt das irgendwann. Es kann nicht unendlich für alles immer besser werden und im Außen ändert sich nichts für alle. Das wird sicher uns erreichen. Gut, ihr müsst akzeptieren, das ist jetzt sozusagen nochmal so ein bisschen die Geschichte, die ganz wichtig ist, dass Krieg und Armut und Hunger und Gewalt und Hass und Rassismus von euch selbst geschaffen werden. Das ist ein schwieriger erster Schritt für eine erwachte Person. Ich lese es dann mal als erwachten Menschen vor. Denn es gibt so viele, die sagen, dass jemand anderes dafür verantwortlich ist. Es ist die Regierung oder es ist die Kabale, es ist die Schuld der Medien. Aber wenn ihr die Verantwortung für eure Schöpfung übernehmt und anerkennt, dass das, was ihr heute erschafft, viel besser ist als vor 500 Jahren, dann könnt ihr erleben, wie sich euer Bewusstsein katapultiert. Habe ich auch ganz leicht. Die Bewusstseinserweiterung oder wie wir in unsere Bewusstseinserweiterung hineinkatapultiert werden. Ich weiß nicht mehr genau, wie ich es formuliert habe. Natürlich kann man sagen, ja, die sind schuld und jene sind schuld, aber wir haben das ja alles miterschaffen. Auch die Systeme, unter denen das überhaupt möglich ist und in denen das überhaupt möglich ist, haben wir miterschaffen. Und wir haben auch diese Energien noch in uns, ja, auch als Teil des Kollektivs. Können wir darauf zugreifen und es auch verändern. Deswegen ist es so wichtig, dass wir in den Frieden, in die Freude, in die Fülle, in die Freiheit kommen und so weiter und so fort. Vor allem in die Liebe auch, ja. Ganz wichtig. In die Freundlichkeit, ja. Empathisch sind. Und dennoch ist es wichtig, dass wir das, also wir können es ja nicht erkennen in uns und es dadurch auch für Menschen im Außen heilen, weil wir es in uns heilen und immer mehr damit zurechtkommen und besser daran arbeiten, wenn wir es im Außen nicht sehen, was hier geschieht. Wie intensiv wir das betrachten, das ist unsere eigene Entscheidung, dabei sollten wir unsere Schwingung immer beachten. Nicht jeder kann alles sich anschauen, zu jeder Zeit. Da gehört einiges an Entwicklung dran und dann ist es trotzdem nicht so, dass man sagt, das ist jetzt aber ein ganz schwingungserhöhendes Thema. Man kann über viele Dinge auch in einer hohen Schwingung sprechen, ohne dass die Schwingung gefährdet ist, herabzusinken oder zu sacken. Und dennoch ist es nicht für alle dran. Ein gutes Beispiel ist dann mal so, wenn ihr eine Gruppe habt, einen Gruppenchat und dann eben anfangt, ja auch Wahrheiten über das Außen dort zu posten, dann werdet ihr da ganz selten einen gemeinsamen Nenner finden und das wird sehr anstrengend für einige Menschen sein und ihr meint so, ja, du musst es jetzt aushalten, ihr müsst die Wahrheit kennen, blablabla. Viele von uns kennen die Wahrheit schon längst, zumindest in dem Maße, in dem man sie kennen muss. Die Details, wisst ihr, wenn ich weiß, dass Krieg stattfindet, dass Menschen sich gegenseitig töten, dann muss ich nicht die Filme darüber sehen und das Blut sehen und fast schon riechen in den Videos, in den Schockvideos, sondern das reicht aus als Wissen. Und wir haben uns alle schon mit Krieg beschäftigen müssen, auch in der Schule. Wir haben schon Filme gesehen, wo das sehr plastisch dargestellt worden ist. Also, ja, wir brauchen nicht jetzt uns da so tief reinbegeben, dass wir unsere Schwingung gefährden. Aber wir dürfen es halt eben auch nicht ignorieren, wie noch der Stand der Dinge ist. Das sollte auch nicht geschehen. Das ist eben vielen Wahrheitssuchern, die eben für diese erste Ebene noch arbeiten. Das sind so viele, weil natürlich, das erklärt sich selbst, wenn ich auf dieser ersten Ebene arbeite, ziehe ich ganz viele Menschen an, weil das für alle dran ist, diese erste Stufe des Erwachens. Wenn ich vor allem spirituelle, hochschwingende Inhalte mache, dann sind es immer weniger, die sich dafür interessieren, weil viele dafür auch noch nicht bereit sind. Anders nicht bereit, als für diese Grausamkeit und für die dunklen Aspekte des Planeten. Aber die werden dann eben seelisch davon abgehalten und möchten sich dann auch gar nicht in der Tiefe damit beschäftigen, weil es für sie auch noch alles sehr abstrakt ist und sie wollen einfach erst mal den Planeten begreifen und die Verschwörungen hier aufdecken und so weiter und so fort und sind noch nicht bereit, sich eben tatsächlich in die theoretische Himmelung zu begeben, weil es ist erst mal Theorie. Wenn man es leben will und wird, ist es dann auch wieder Arbeit, weil man natürlich auch die Anker abwerfen muss, also die Blockaden lösen muss, um dann auch diese Schritte gehen zu können. Aber es ist eben Teil von uns. Wir sind hier auch mitverantwortlich dafür und auch da ist wieder der Trick, eben den Fehler nicht im Außen zu suchen. Du kannst es im Außen eh nicht ändern. Auf der Ebene, auf der es entstanden ist, kann man es nie ändern, aber auf der Bewusstseinsebene, die in dir jederzeit zur Verfügung steht, kannst du alles ändern. Und dann, ihr seid bereits in das galaktische Zeitalter eingetreten, aber ihr werdet euch schon bald als Teil einer galaktischen Gemeinschaft verstehen. Was bedeutet, wir tun das jetzt in dem Maße noch nicht. Ja, weil wir auch noch nicht in dem Maße uns Kontakt erarbeitet haben oder uns an Kontakt erinnern können. Das haben sie uns ja auch schon gesagt, dass wir alle schon physischen, individuellen Kontakt hatten mit Außerirdischen, aber es sofort vergessen haben. Weil es so krass ist von den Energien und von der Erfahrung. Das heißt, es wird dann ins Unterbewusste verdrängt. Ist zwar Teil, auch schon unserer Schwingung, aber wir können es niemandem erzählen. Das soll sich ändern. Ich bin gespannt. Auch das wird geschehen. Nicht wegen der Enthüllungen, nicht weil sie es nicht mehr vor euch verbergen können. Ich würde jetzt gerne hier einfügen, nicht nur, aber es wird geschehen, weil ihr alle positive Schritte nach vorne gemacht habt. Und ohne hier ein sehr großes spirituelles Ego zu bekommen, was auch wieder ganz wichtig ist, dass sie das uns nochmal sagen, wir sollen uns nicht als etwas Besseres begreifen. Wir sollen uns als einfach magische Wesen begreifen und das Potenzial ausleben, das andere aber auch haben. Und natürlich sind wir dann an der Spitze dieser Bewusstseinsentwicklung zu finden. Das ist unsere Verantwortung, das dann zu übernehmen, aber eben ohne dieses Ego. Und das darf man auch gerne immer wieder überprüfen, wie ihr euer Umfeld seht, die ja eindeutig mit dieser Spiritualität und mit diesem Gedankengut gar nichts anfangen können. Da könnt ihr überprüfen, ob ihr hochmütig diesen Menschen gegenüber seid, ob ihr sie ein bisschen lächerlich macht oder sie einfach auch dumm findet und so weiter und so fort. Oder ob ihr einfach wisst, ja gut, entweder erwachst du noch und folgst mir im Prinzip auf dem Fuße und kannst mich auch jederzeit überholen. Oder es ist bei dir halt in dem Leben gar nicht dran, weil du einfach noch nicht fertig bist mit den 3D-Erfahrungen und ganz gerne auf einem Planeten, auf einem anderen Schulungsplaneten weitermachen würdest, auf dem du noch diese Erfahrungen machen kannst. Ich lese weiter. Wir möchten, dass ihr euch selbst anerkennt, weil wir wissen, dass ihr dadurch in einen Zustand höherer Schwingung versetzt werdet und dass dieser Zustand höherer Schwingung euch dann auf so viele Arten dient. Ich lasse das mal hier kurz stecken. Also es geht wieder um die Schwingung und dann eben der höhere Zustand. Also es geht immer darum, die Schwingung zu erhöhen. Sie beizubehalten ist schon mal ein toller Erfolg, nicht mehr ins Pendel zu kommen, nicht mehr abzusacken und sich ganz schlecht zu fühlen, sich dann auch ein bisschen reinfallen zu lassen in dieses, oh, mir geht es nicht gut und so weiter und so fort. Im Gegenteil, es wurde uns ja auch oft gesagt, jetzt schon in letzter Zeit, dass wenn wir erkennen, wie hoch wir zum Teil schwingen können, dass es unsere Aufgabe ist, diese Schwingung zu halten. Also egal, wie wir das gemacht haben, ja, was ganz Besonderes, ein ganz tolles Erlebnis gehabt und das war besonders witzig oder besonders schön und hoch schwingend und das wäre ja wieder ein äußerer Grund, aber wir haben dann diese Schwingung integriert, anerkannt und schon gelebt und diese Schwingung steht uns dann auch ab diesem Zeitpunkt jederzeit zur Verfügung und es ist unsere Aufgabe, diese Schwingung auch dann möglich zu machen, auch ohne diesen äußeren Umstand, der dazu geführt hat, sie zum ersten Mal in dieser Deutlichkeit zu spüren und zu fühlen und zu leben. Ihr könnt euch entspannen und wissen, dass ihr nicht alles machen müsst und gleichzeitig anerkennen, dass ihr alles erschafft, weil ihr mehr als nur euren Handeln und euren Werkzeugen mit eurer Zeit, weil ihr mit mehr, na, wir haben auch nicht was übersprungen, weil ihr mit mehr als nur euren Händen, ups, das war, toll vorgelesen, und euren Werkzeugen mit eurer Zeit und eurer Energie und eurer Anstrengung erschafft. Also Anstrengung, ja, ich habe es auch so vorgelesen, es ist halt die Intention auch, also eine bewusste Entscheidung, natürlich die Zeit, die wir investieren, die Energie ganz wichtig, auch unsere Schwingung ist dann an Bord und eine bewusste Entscheidung wird dann gelebt und nicht nur eben dieses physische, ja, mit den Werkzeugen, die uns gegeben sind, auch der Verstand ist ja ein Werkzeug, sondern dann viel mehr uns zur Verfügung steht und wir auch mit all diesem, was uns ausmacht, erschaffen. Und es ist dann der Zeit, dass alle, die diese Botschaft empfangen können, erkennen, dass andere zu euch aufschauen und in eure Fußstapfen treten werden. Es werden weitere Massenerweckungen kommen, Massenerwachen stattfinden und ihr werdet die Anführer, die Wegweiser und die Lehrer für diejenigen sein, die erwacht sind. Deswegen finde ich es immer so witzig, wenn dann jemand gut vorbereitet ist und sagt, ja, ich habe jetzt eigentlich schon hier, ja, sag ich mal, vielleicht Räumlichkeiten angemietet, wo dann jemand vorbeikommen kann und sich helfen lassen kann für spirituelle Beratung oder Heilung, was auch immer und das noch nicht besonders gut gebucht ist und ich sage, ja, ihr seid einfach alle in der Vorbereitung, die werden euch die Bude einrennen, aber ihr müsst halt noch ein bisschen geduldig sein, weil Massenerwachen, wenn stattfindet, dann werden diese Menschen uns brauchen. Ihr werdet natürlich auch etwas weiterleiten können und Bücher empfehlen können und so weiter und so fort, aber es geht schon auch darum, dass ihr mit den Menschen arbeitet. Die brauchen nämlich und haben es dann natürlich auch leichter und auch dafür sind YouTube-Videos und Social Media ist dafür bestens geeignet, dass sie sich auch schon orientieren können, aber es geht eben dann von Mensch zu Mensch und auch das habe ich dieses Jahr für mich herausgefunden, dass ich an diesen Spiritscape treffen und auch an der ganz physischen Vernetzung nicht mehr vorbeikomme. Da kann ich so selten geborener Mystiker sein, wie ich will, es ist einfach jetzt eine andere Zeit angebrochen und ich versuche das auch in meinem Leben zu integrieren und möglich zu machen und wir sind ja alle auch dann nicht nur Lehrer, wir sind auch Schüler und wir sind auch Meister. Ihr werdet auch von den Neuerwachten was mitnehmen können, auch von deren Erkenntnisse, aber ihr werdet auch natürlich im Rahmen eurer Zusammenkünfte mit Erwachten oder mit dem Erwachten Kollektiv, also mit Menschen, die schon länger an sich arbeiten, auch alles drei sein können. Ihr werdet Schüler sein, ihr werdet Lehrer sein, ihr werdet Meister sein. Und in welcher Gewichtung kommt natürlich ein bisschen drauf an, wie weit ihr schon seid, ohne eben, weil wie weit, da steckt es schon so drin, ich bin so weit, du bist so weit, ha ha ha. Ne, eben immer in Demut und immer in dem Wissen, dass der andere auf einer krassen Überholspur sein kann und ihr durch ein Foto, das ihr seht, nicht wirklich wisst, wo der andere steht. In Wirklichkeit hat er ein krasses Tempo am Start und wird euch in Sekundenschnelle überholen. Und seid euch immer gewiss, dass das geschehen kann. Und dann ist man auch so ein bisschen, es ist nur eine Hilfestellung, es ist ein Bild, dass man eben nicht in diesen spirituellen Hochmut rutscht, sondern immer auch demütig bleibt und seine eigene Rolle und seinen eigenen Wert gut einschätzen kann, ohne sich aber wieder dann auch klein zu machen. Weil das haben wir auch ganz lange Zeit gemacht. Das ist auch keine gute Idee. Das wissen auch alle. Na gut, ihr Lieben, dann würde ich sagen, haben wir es schon wieder für heute. Ich freue mich auf den nächsten Podcast. Haut rein, bis dann. Ciao, servus, liebe Grüße, euer Wolfgang. Juhu, yippie. Trüeha. Juhu, yippie. Juhu, yippie. Amen. 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 Amen.